Und damit willkommen zurück zu Modern Warfare 2, Multiplayer-Team-Death-Match. Okay, wo sind die Gegner? Ich könnte mir vorstellen, von hier könnte jetzt gleich irgendwo einer... Was ist denn? Verkackte Schuberkinder. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Klar doch. Nee, komm, ich will nicht mehr. Äh? Komm her! Du willst es doch auch, ey, meine Güte. Ziel neutralisiert. Blendgranate. Werfe eine Handgranate. Ziel neutralisiert. was zum geier ich krieg punkte ich weiß aber nicht wofür hallo tja ich brauche eine waffe man sind die gehirn kranken ich brauche eine neue waffe kommen was hat der für eine waffe die sonne schlecht die waffe nicht auf dem dach landen hier vorräte sind unterwegs ok jawohl nur ein kill die predator naja dann genau aufs dach gesetzt da bin ich ein ja mann Ohohoho Wow Kurz ausharren hier 9-1 Nein Ah, ficken Boah, weißt du Ey, komm, hör auf, ey Ja, Sigi Mein Gott, ey Weißt du, jetzt krieg ich nur noch auf die Fresse hier, oder wat Achtung, freundliche Vorhälte Meine Güte hier Er ist in der nächsten Runde, nee Boah, ey Von 9-1 auf 10-6 Oh, guck mal Ich muss tuben Naja, 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 naja Fast Level 37 Auf Afghanen geht es dann, denke ich mal, gleich weiter Ähm, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal Mein Gott, ein schweres Wort, danke, ciao So So So